Hallo, wir sind's, die Erzählbos. Heute fahren wir ein Speedrun. Der Logger, entschuldige mich schonmal für die Autos im Hintergrund, die hört ihr, die seht ihr wahrscheinlich auch auf dem Video. Und der Logger zeigt 2,6 kmh. Sieht man das? Ja, dann fahren wir den aufs Auto und dann... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.